Vor langer, langer Zeit, es war in einer Crime Time Fragten wir ein Denkmal, würdet ihr dabei sein? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das Bauen wir den Affen nun als Denkmal, oder was? Ihr wolltet das so, erst ein Prototyp, dann zu Thomas, unserem Bro Krasser Typ! Er schlug uns viele Sachen vor, doch ziehen wir mal Resümee Ne Unterstriftenaktion? Das find ich ne sehr gute Idee Thomas, hab Dank für deinen Ratschlag Thomas, wir machen vor Freude nen Überschlag Ich würd mal sagen, jetzt steht uns nichts mehr im Weg Mit eurer Hilfe sammelt wir nen Unterschriftenpaket Bei den Parteien kam das Ding erst so richtig in Fahrt Denn mit an Bord haben wir nun auch nen echten Pirat Später aus dem Rathaus, und zwar live Jürgen geht das klar, ja geil, high five Wir haben es mit euch geschafft, allerfeinstes Teamwork Das war die beste Action ever, nie was besseres gehört Jürgen, hab Dank für deinen Ratschlag Jürgen, wir machen vor Freude nen Überschlag Wir haben gemerkt, beim Bau gibt's viele Hürden Doch wer wären wir, wenn wir es nicht trotzdem schaffen würden? Ihr habt uns angespornt und gekämpft für den Affen Gemeinsam sind wir stark und können alles schaffen Ihr habt uns unterstützt, einfach alles gegeben Dank eurer Hilfe wacht das Denkmal zum Leben Auf dem Video Day könnt ihr das Denkmal bestaun'n Der Applaus gehört euch und durch die Menge geht ein Raun'n Community, hab Dank für deinen Ratschlag Community, wir machen vor Freude nen Überschlag Community, hab Dank für deinen Ratschlag Community, wir machen vor Freude nen Überschlag So Freunde, das war's mit unserem kleinen Denkmal-Song Wir wollten uns einfach mal bei euch in Form von so einem ganz easy produzierten Song bedanken Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da Und wir sehen uns in den nächsten Videos Bis dann, ciao! Oh!